Er ist der berüchtigste Räuber von dem Wald. Der Räuber Hotzeplatz. Genau der. Herr Tümpfumoser, ich bin beruf gefordert. Von den Produzenten der kleinen Hacks. Bressier, kommt rein! Jetzt schnappen wir den Hotzeplatz. Ah! Ja, warte! Nach dem Waldbestseller von Ottfried Preussler. Und was, wenn ihr uns nicht findet? Der findet uns schon. Warte ab! Kein Faxl. Das mag ich nämlich nicht. Ah! Zackel mal! Was willst du? Er riebt vielleicht die Entspoten gegen Schnupfstabak. Kannst du Hertöffel schreien? Der Kassbruder Seppl. Sie ist verschwunden. Natürlich, Herr Potzelotz. Wie hast du mir gesagt? Lotze Potz. Dannenwetter! Hotzeplatz. Natürlich hast du Lotzerotze... Um einen Räuber zu fangen? Ja, warte dir, Saugrufer. Braucht es Magie? Was hat er in der Hand? Feenkraut. Mut. Eintritt. Alles strengstens verboten. Vielleicht komm ich doch besser morgen wieder. Und Freundschaft. Bin ich froh, dich zu sehen. Und ich erst. Hotzeplatz! Das Spiel ist gelaufen! Ah! Ah! Juhu! Ah! Der Räuberhotzeplatz. Im Kino. Im Kino. Und ich habe nicht nur einen Räuber.